In der Welt der Zahnmedizin gibt es eine innovative Methode, um das perfekte Latschellen zu erzielen, Dentalwinners. Diese hauchte ein Viertel nähen Keramikschalen werden auf die Vorderseite der Z.A.N.I. aufgetragen, um ein ästhetisch ansprechendes Aussehen zu erzielen. In diesem Video werden wir den Prozess der Herstellung von Dentalwinners genauer betrachten und wie sie von einem Konzept zu einem strahlenden Latschellen F.A. ein Viertel rennen. 1. Was sind Dentalwinners? Dentalwinners sind maigefertigte Schalen aus Keramik, die auf die Vorderseite der Z.A.N.I. aufgebracht werden. Sie werden verwendet, um Zahnfehlstellungen, Werfarbungen, abgebrochene Z.A.N.I. oder La-Einviertel-Zeten zu korrigieren und ein ästhetisch ansprechendes Latschellen zu erzielen. Vinners sind eine beliebte Option bei Menschen, die ihr Latschellen verbessern Matsch denn, da sie eine dauerhafte und nata-einviertelriche Lassung bieten. 2. Der erste Schritt, Konsultation und Planung. Der Weg von einem Konzept zu einem Latschellen beginnt mit einer GAA einviertelendlichen Konsultation mit einem Zahnarzt. Während dieser Sitzung werden ihre Z.A.N.I. untersucht und ihre Bäder einviertlerfnisse und war einviertelendsche besprochen. Der Zahnarzt wird ihnen erklaren, was mit dem Verfahren verbunden ist und welche Ergebnisse sie erwarten kann ihn. Anhand ihrer individuellen Anforderungen wird ein Behandlungsplan erstellt, der den Prozess der Herstellung und Anpassung der Vinners umfasst. 3. Die Gestaltung der Vinners. Nachdem der Behandlungsplan festgelegt ist, beginnt der Prozess der Gestaltung der Vinners. Dieser Schritt umfasst die Entfernung einer da einviertelnähen Schicht des Zahnschmelzes, um Platz F.A.1 Viertel R die Vinners zu schaffen. Anschließend werden ab 3.A.1 Viertel C.K.E. ihrer Z.A.N.I. genommen, die an ein zahntechnisches Labor gesendet werden, wo die Vinners individuell angefertigt werden. Während dieser Zeit werden Temporary Vinners angebracht, um ihre Z.A.N.I. zu Sch.A.1 Viertel 10 und ihr Aussehen zu verbessern. 4. Die Anpassung der Vinners. Sobald die Vinners aus dem Labor Z.A.1 Viertel C.K.E. kommen, werden sie von ihrem Zahnarzt Sorgfalt T.G. auf ihre Z.A.N.I. angepasst. Der Zahnarzt wird sicherstellen, dass die Farbe, Form und Passform der Vinners Perfekt zu ihrem natteinviertlerischen Latschellen passen. Anschließend werden die Vinners auf die Z.A.N.I. aufgetragen und mit einem speziellen Klebstoff dauerhaft befestigt. Nachdem die Vinners angebracht sind, wird ihr Zahnarzt sicherstellen, dass sie korrekt sitzen und ihr Latschellen glatt und gleichmaig aussieht. 5. Die Pflege der Vinners. Nachdem die Vinners angebracht sind, ist es wichtig, sie gut zu pflegen, um ihre Haltbarkeit zu gewahre leisten. Sie sollten ihre Z.A.N.I. regelmaig putzen und Zahnseide verwenden, um Plack zu entfernen und ihre Vinners sauber zu halten. Vermeiden Sie harte Nahrungsmittel und Gewohnheiten wie Z.A.N.I. knirschen, da sie die Vinners beschadigen kann ihn. Besuchen Sie regelmaig Ihren Zahnarzt F.A.N.Viertel-R Untersuchungen und Reinigungen, um sicherzustellen, dass Ihre Vinners gut gepflegt werden und lange halten. 6. Das Ergebnis, ein strahlendes Latschellen. Nachdem der Prozess der Herstellung und Anpassung der Vinners abgeschlossen ist, kann Ihnen sich A.N.Viertel B.E.R. ihr neues strahlendes Latschellen freuen. Die Vinners sehen nata einviertelig aus und verbessern ihr Aussehen erheblich. Sie kann Ihnen sicher sein, dass Ihr neues Latschellen jahrelang halten wird, wenn es gut gepflegt wird. Mit Dental-Vinners kann Ihnen Sie Ihr Selbstbewusstsein steigern und sich A.N.Viertel B.E.R. ein Latschellen freuen, das Sie stolz zeigen kann Ihnen. Abschlieeindler SST sich sagen, dass der Weg von einem Konzept zu einem Latschellen mit der Herstellung von Dental-Vinners ein lohnender und empfehlenswerter Prozess ist. Wenn Sie Interesse daran haben, Ihr Latschellen zu verbessern, sollten Sie mit Ihrem Zahnarzt A.N.Viertel B.E.R. die Magglichkeit von Vinners sprechen. Mit Vinners kann Ihnen Sie ein ästhetisch ansprechendes Latschellen erzielen, das Ihr Selbstbewusstsein Starekati und Ihr Gesamtbild verbessert. Garnieren Sie sich den Luxus eines strahlenden Latschellens und gehen Sie selbstbewusst durchs Leben.